So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Dienstag, den 12. Dezember 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick gönnen auf die heute anstehenden US-Inflationszahlen, wie diese erwartet werden, in welche Richtung es hier eine sogenannte SKU gibt, was damit gemeint ist und dergleichen, dazu dann in wenigen Sekunden mehr und natürlich auch, wie sich das potenziell auf die Märkte auswirken könnte. Darüber hinausgehend wollen wir vielleicht auch eine kleine Erklärung dafür liefern, was da gestern zu beobachten war. Ich war ziemlich überrascht, ehrlich gesagt, in den Abend hinein schaute ich mir die Wall Street an und schaute mir an, was macht der S&P, was macht der Nasdaq. An dieser Stelle sehe positive Vorzeichen und scroll dann ein wenig weiter in meiner Trading-App entsprechend und komme zu den Einzeltiteln und sehe dann ein rotes Meer, in Anführungsstrichen, Microsoft, Google, Apple, Amazon, das Who is Who, der Magnificent Seven möchte man vielleicht sogar sagen an dieser Stelle, also der Fangman-Konstellation mit roten Vorzeichen. Dann dachte ich mir so, wie kann denn das passieren? Wie kann es denn sein, dass diese Big-Tech-Namen, diese hoch marktkapitalisierten Unternehmen mit negativen Vorzeichen notieren, während eben der Nasdaq insgesamt im Plus notiert? Ja, Stichwort Sektor-Rotation. Was es damit aus sich hat, wie gesagt, gleich ein ganz, ganz grober Überblick, Hauptfokus, wie gesagt, auf der US-Inflation, bevor wir offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Also, Deviso und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lasse ich dann auf xdb.com. Da stehe kostenlos eine Demo herunter, teste dann das Risiko frei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Leitkonto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikohinweis, findet ihr auf xdb.com. Ich kann auch den deutschsprachigen Kundensupport kontaktieren. Kontaktdetails folgen sogleich. Bevor ich diese hier einblende, zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos eure Fragen stellen, aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier einmal die Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse von xdb und dem Kundensupport in Berlin. Hier einmal zu xdb als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023 ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier links, die haben wir aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation und genau in die wollen wir jetzt einen Blick werfen. Ich habe hier einmal den DAX, Entschuldigung, den anderen DAX Gold ist es an dieser Stelle, noch aus dem Live-Event, was ich mit den xdb-Kunden gerade abgefahren habe. Wir wollen aber zunächst einmal kurz einen Blick werfen, wie gesagt, auf das, was gestern passiert ist, im Hinblick auf den Nasdaq oder auch auf den S&P. Klicken kurz daneben. Wir sehen hier, der Nasdaq gestern mit Aufschlägen. Wir erinnern uns viel leichter dran an dieses von mir skizzierte Szenario in den vergangenen Wochenschluss hinein. Range nach unten, die gehalten wird, eventuell dann mit einem Bounce resultierend. Und das ist genau das, was jetzt ziemlich genau so stattgefunden hat. Also nicht, dass ich da eine Glaskugel hätte. Einfach der Trader-Gott, der war mir wohl gesund, in Anführungsstrichen, im Hinblick auf das skizzierte Szenario. Und wie gesagt, was eben überrascht ist, wenn ich jetzt parallel dazu, und dann machen wir einfach mal eine MSFT, also eine Microsoft auf, an dieser Stelle, und wir schauen uns das auf 30 Minuten Basis an, das hält sich eigentlich noch relativ in Grenzen, ehrlich gesprochen, also hier auf der Stunde. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber nichtsdestotrotz, wir gappen tiefer. Klar, da gibt es vielleicht Gründe im Hinblick auf eine Investigation, glaube ich, mit der Kooperation jetzt OpenAI und Microsoft könnte da vielleicht als Grund ins Feld geführt werden. Aber wir sehen eben mit Abschlägen handelnd zum Schlusskurs, Gapdown, und wir sind nicht in der Lage, dieses Gap zu schließen. Wir können uns auch parallel dazu beispielsweise mal hier eine Apple anschauen, nehmen wir AAPL, so Verzeihung, auch hier gleiches Bild, Gapdown an dieser Stelle, ebenfalls rote Vorzeichen, in Google sieht das Bild genauso aus, also was ist da passiert, wieso kann es sein, dass wir im Nasdaq hier positive Aufschläge sehen und dann eben in diesen Magnificent, Magnificent Seven oder in diesen großen Mega-Cap-Unternehmen keine positiven Aufschläge. Und das Stichwort dafür ist Sektorrotation in den Jahresschluss hinein, die wir da potenziell zu sehen bekommen. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich das am besten erklären kann, damit man eine bessere Vorstellung hat, dass das nicht so abgegriffen oder so abstrakt klingt. Und ich glaube, auch wenn es hinkt ein wenig, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber nichtsdestotrotz, es ist so, dass ich denke, dass das relativ klar macht, deutlicher werden lässt, um was es dort geht, ob man sich das wenig abstrakt dann vorstellen kann. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an seine Jugend, Schulzeit oder dergleichen. Wenn man Taschengeld hat, aufbessern wollen, dann ist man im Supermarkt beispielsweise Regale einräumen gewesen. Zumindest war es bei mir. Und dann ist es so gewesen, dass dort ab und an die Aufgabe war, dass man die gleichen Güter, also Waren, welcher Art auch immer, dass man die mit dem Verfallstermin, der näher am aktuellen Datum liegt, nach vorne holt und die mit dem Verfallstermin, der weiter in der Zukunft liegt, nach hinten schiebt. Sodass eben Kunden, die das jeweilige Produkt greifen, eben jene nehmen, die einen näheren Verfallstermin haben, um dort nicht eben dem Risiko zu unterliegen, diese Güter im übertragenen Sinne dann am Ende wegschmeißen zu müssen. So kann man sich das im Groben vorstellen, was da jetzt stattfindet in den Jahresschluss hinein. Unterstreicht es auch ein bisschen auch diesen Gedanken im Hinblick auf vielleicht eine FOMO, Portfolio Manager und dergleichen, dass man eben versucht hier doch mal so ein bisschen Performance rauszuschicken, auch im Hinblick auf eine vielleicht anstehende Bonuszahlung und dergleichen und dass man eben underperformende Titel dann mit allerdings einer geringeren Marktkapitalisierung, die bis dato im Jahr 2023 nicht so gut gelaufen sind, aus den verschiedensten Gründen, auch da gibt es dann wieder natürlich einen entsprechenden Selektionsprozess, aber dass man diese eben entsprechend ins Portfolio nimmt und dass man dann an dieser Stelle eben nicht so stark Titel nachfragt, wie beispielsweise eine Apple oder eine Microsoft, die Megacaps, die ausgehend von eben auch einem vielleicht nicht ganz so vorteilhaften Chance-Risiko-Verhältnis technisch nicht so attraktiv einfach schlichtweg sind. Das ist dann so die grobe Überlegung, die dem zugrunde liegt, so als Erklärung. Ich würde das ja auch nicht überbewerten. Es macht das allerdings schwierig zu traden. Natürlich, denn ich möchte übergeordnet gerne sehen, dass mich auch dann im Hinblick auf die von mir formulierte These, dass der übergeordnete Markt diese These mitspielt nach Möglichkeiten. Das ist nicht eine essentielle Voraussetzung, aber eine, die nochmal einem Setup zusätzlich vielleicht so ein bisschen Fuel verleiht an dieser Stelle. Also wenn ich long bin, ausgehend von diesem und jenem Data Release, Quartalsbericht oder dergleichen in der Aktie XYZ, möchte ich gerne sehen, dass auch der übergeordnete Markt sich stark präsentiert und dass wir dann vielleicht hier mit diesen starken Zahlen dann einen zusätzlichen Katalysator haben, in einem starken Umfeld nochmal extra stark zu performen beispielsweise. Ungünstig ist dann an dieser Stelle, wenn ich eben eine Short-These formuliere, aber der übergeordnete Markt sich eben stark präsentiert. Wie gesagt, aus dem geschilderten Grund, potenziell sei es drum. Das ist vielleicht so eine kleine Erklärung dafür, was da stattgefunden hat. Heute der Fokus, wir gehen mal auf Gold in dem Zusammenhang, heute der Fokus auf eben den Inflationszahlen, die veröffentlicht werden. Und im Kalender hier innerhalb der X-Station kann man sehen, Verbraucherpreisindex, Erwartungshaltung liegt bei 3,1%, Kerninflation liegt bei 4%. Auch heute, also nicht auch heute, sondern heute mal explizit, gehen wir mal auf die Kerninflation zusätzlich ein, weil die Kerninflation von Jay Powell in seiner letzten Rede vor der Blackout-Period dann thematisiert wurde. Also er sagte, die ist immer noch verhältnismäßig hoch mit 4% und in dem Zusammenhang könnte es sein, dass hier jeglicher Print dann zum Beispiel deutlich unter der Erwartung stärkere Volatilität im Hinblick auf den Zinsmarkt nach sich zieht, der dann wieder durchschlägt entsprechend eben auf beispielsweise zinssensitive Güter wie zum Beispiel Gold. Hieß ja etwas anders formuliert, kommt die Kerninflation mit 3,8% beispielsweise rein, während wir bei den Verbraucherpreisen, auch wenn es sehr unüblich wäre, aber wie erwartet veröffentlicht werden, könnte das einen stark bullischen Impuls nach sich ziehen, der uns in dem Zusammenhang dann in Gold zurück über die 2.000-Dollar-Marke beispielsweise befördert und eventuell umgekehrt, wobei ich sagen muss, besonders im Hinblick eben auf die CPI-Zahlen als solche, also die Verbraucherpreise, vor allem wenn ich mir anschaue, wie sich denn Gold seit den letzten, Entschuldigung, nicht Gold, sondern Öl in dem Fall, seit den letzten Verbraucherpreisen entwickelt hat, geht die Tendenz doch eher in Richtung deutlichere Abkühlung der Inflation eben tatsächlich. Und jetzt ist die Frage, wie viel ist davon eingepreist, beziehungsweise im Hinblick auf Gold sieht es ja sowieso nach der kurzen Squeeze auf neue Allzeithoes nicht sonderlich förderlich aus. Ich persönlich bin weiter sehr zurückhaltend, ich hatte das gestern schon gesagt und ich will es heute nochmal unterstreichen, denn der Verlauf von gestern, der unterstreicht dann auch nochmal diese Zurückhaltung meinerseits. Für mich ist Gold erst dann wieder long ein Thema und dann auch nur mit kleiner Beimischung im Portfolio, wenn wir über 2010 laufen, dann vielleicht mit einem Aufmunitionieren oberhalb hier von 2.040 Dollar pro Finance. Unterhalb möchte ich aktuell nicht long sein. Das heißt also, da ist einiges erstmal erforderlich. Vielleicht liefern die Inflationszahlen dann heute entsprechend eben genau diesen Impuls, wie wir es gerade gesehen haben. 3,1% ist die Erwartung. Ich habe hier gerade mal aber etwas skizziert, nämlich im Hinblick auf eine sogenannte Skew, die sich herauskristallisiert. Ich habe mir nämlich bei Twitter, hatte jemand eingestellt, habe die Primärhändler mal angeschaut und habe gesehen, dass wir bei den befragten Investmentbanken, also vorstellen kann man sich das wie folgt, Bloomberg oder Reuters oder wer auch immer. Die Journalisten, die rufen eben bei den Investmentbanken an, bei den jeweiligen Analysten, die das covern und fragen dann, wie die Einschätzung diesbezüglich ist. Und das wird dann gesammelt und ausgehend eben von einem Durchschnitt wird dann entsprechend ein Konsens erstellt, der dann entsprechend eben sich in unserem Wirtschaftswarenkalender wiederfindet oder beziehungsweise in dem Fall in der X-Station eben wiederfindet. Und was man erkennen kann ist, ich greife jetzt mal die Zahlen raus, ich habe die nicht genau durchgezählt, aber mal angenommen es sind zwölf, die ja da befragt werden, also Morgan Stanley, Goldman Sachs und so weiter. Und dann sind sechs, die sagen 3,1% aus diesen, 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 jenen Gründen. Vier sagen in dem Fall 3% und zwei sagen 3,2%. Dann haben wir die Mehrzahl bei 3,1. Im Schnitt liegen wir ungefähr bei 3,1. Das ist dann der Konsens. Aber wir erkennen eben, wir haben eine leichte Neigung in Richtung 3%. Das heißt also, eher wird erwartet sein, dass der Wall Street, dass wir mit 3,1 oder niedriger veröffentlicht werden. Das bedeutet also etwas anders formuliert, wir bräuchten dann jetzt nicht nur in Bezug auf die Kerninflation, sondern auch in Bezug auf die Verbraucherpreise eine deutliche Überraschung eigentlich nach unten, also vielleicht sogar unter 3%, um diesen bullischen Impuls zurück über 2%, Entschuldigung, 2000 Dollar pro Feinunze im Falle von Gold zum Beispiel nach sich zu ziehen. Wohingegen dann eine Überraschung auf der Oberseite, 3,3%, was aber unwahrscheinlich scheint, vor dem Hintergrund der Entwicklung zum Beispiel in WTI, wie wir es gerade gesehen haben, was dann vielleicht in Gold nochmal einen scharfen Flashout noch auf der Unterseite nach sich ziehen könnte und diese jüngst eingeleitete Abwärtsbewegung folgend auf dieses Squeeze auf neue Allzeithochs eventuell nochmal beschleunigt. Ja, alles Weitere werden wir morgen hier entsprechend abdecken. Dann mit Blick natürlich hauptsächlich auf die FED, aber nichtsdestotrotz eine Nachbetrachtung auf die Inflation werden wir auch noch liefern. Meinerseits sei es das gewesen. Happy Trading. Passt auf die Stopps auf, habt euch wohl, macht's gut, bis morgen und tschüss.